Heute wieder am Sekoberg, neu neu. Gestern hat es schon etwas gegeben davon. Heute mit ganz lieben Kollegen, den Harry und den Niki. Viel Spaß. Bitte, oberstes Gebot, aufpassen, dass kein was passiert. Ein bisschen kennt ihr das Gelände eh schon. Man sieht nicht da, wo die Oberkante ist, was als Basislager normal ist. Dort geht es noch einmal richtig auf. Ja. Hallo. Okay. So, auf geht's. Ja, genau. Ja, Dankeschön. Das ist eigentlich wie Allrad und Herr Bernd, wie Allrad. Nein, Allrad ist wieder was anderes. Allrad, das heißt, dass all die Räder angetreten sind. Und die Sperre passt nicht anders, dass die Räder gleichmäßig drehen, weil ohne Sperre und die Räder gleichmäßig drehen. Wenn das andere Räder ist, dann geht es auch in die andere Richtung. Gut. 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 Das ist alles andere als wie heute Nacht, dass es wieder einmal Spur geregnet hat. Es gibt einen Moment wieder. Gehen wir ein bisschen Abstand halten bei solche Sachen, bitte. Nein, normal nicht. Wenn du alles richtig machst, gibt es Kabelfliegen. Das ist das letzte Mal, auf dem Bahnhof, wo du fliehen. So ist es. Du musst es ein bisschen weiter ausfahren. Schön rechts bleiben, links um mich ziehen. Links um mich ziehen, links um mich ziehen, nicht rechts, links um mich ziehen. So, ja, jawohl, so schaut es aus. Hier hast du ja eine Steine können, da passiert nicht. Nein. Weißt du, was ich da festste habe? Nein. Aha. Da hat sich schon einer aufgehängt. Nicht vier und nicht zurück. Nein. Bestimmt. Danke. Schön rechts am Fahren, gell? Ich bin ja... Da haben wir auf dem Wicke so ein Auto gefahren. Ja, wirst du kommen. Jetzt hast du nur Brauchen links rein ziehen. Nicht so weit rauf. Nicht so weit rauf. Hat sich schon auf drüber fahren. Oh ja. Oh ja, mal. Super. So schaut es aus. So. So habe ich den Föller gemacht. Tschau. 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 Ah. Es ist nämlich gerade so viel feucht worden, dass es wieder schön saavig ist. Gell? Ja. Und wir haben vom letzten Mal den schönen Schuffenkei. Wir haben eine Spur an, wie gut es ist. So. Wir haben den Föller gemacht. Wo ist denn jetzt noch ein bisschen scharf? Ich bin gleich ein bisschen scharf auf, Harry. Ja, genau. Ich habe das wie versammt beim ersten Mal. Ja, was der hinten nachgefahren ist, ist noch etwas weiter anders. Oh, 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 oh! Opa. Hard. So. Oh, nix abgepasst. Oh! So dürste sie nicht spielen? Ich weiß! Ah ok! Ich trage das von der letzte Woche So! Nicht ist Versuch Nummer 2! Ja! Und Gas geben! Meiner alter immer mit Gefühl... Hüpfen wir auch, Hüpfen auf ein Kleppchen! Von der Koppen hier weg! Hast du passt? Oh jawoll! Passt schon! passt schon nicht vor so weit weg nicht vor so weit weg von der sich hat doch fast was dem mitten mit 6 bar 45 der bist du links um rechts auf die bildschule mit schlug durch haffe und rechts um mich aber jetzt siehst du sehr gut netter netter drücken bild so kapitel du fliegst sonst so jawohl so Ein paar Haarenblinker. Komm her. Oder wenig. Doch jeder wohne. Warum wird deine so komisch tief? Nein, vergessen. Soll man eigentlich vorgenommen, wenn die Hund kommen dann? Die werden in WD-40 gebissen. Das ist die Plastik. Geht schon? Du bist schon gegangen. So, Vicky, machst du aber recht gut heute. Nein, wir wissen ja, dass du das kannst. Das ist nur eine Frage, dass das nicht... Das dauert. Nimm mal reine Zeit. Dann komme ich von ganz oben. Mach ganz gut. Aber da hast du einen Vorteil dadurch, da kannst du die Strecken öfters anfahren heraufzu. So. Das ist auch ein saufes Mal. Hoi Jungs, die Mieter, hast du noch alle mit an? Ja, die muss aufgestrechen. Okay, passt. Aber jetzt wird's heavy. Jetzt wird's heavy, jetzt kommt neu neu. Uuuuuhhhhhh. Und da möglichst den Anduch auf der vorne, gell? Ah, schau. Und? Habe ich nicht mit dem Hinterradl bei dem Baum angehagelt, oder? Nein, ich bin vor der Rad. Ich habe mich ausgeschaut. Ah, schau, 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 hast du das jetzt gesehen? Ja. Da schön hoch anfahren herum, gell? Damit's das mit dem Hinterradl da einschlupfen wächst. Jawohl, sehr gut, Harry. Sehr gut. Dann noch ein bisschen Tiere, damit der Bub nachmog. So, schön umbleiben, umbleiben, umbleiben. Umbleiben, 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 umbleiben. Umbleiben, umbleiben, umbleiben. Fahr weiter, jetzt, fahr weiter. Ja, geht's nicht mehr aus. Ja. So, geht's schon. Harry, fahr ein bisschen für mich. Uuuuhhhhhh. Umbleiben, umbleiben. Jetzt längst wieder, längst wieder rechts rein. Dann wird's nicht ausgehen. Ja, geht nicht, das ist wieder gleich da unten. Das ist wieder gleich. So, Versuch Nummer 3. Auflenken, links einschlagen. Links einschlagen, links bleiben, links bleiben. Und jetzt rechts ziehen, rechts ziehen. Jawohl. Ja, so ist es. Genau. So. 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 Vielen Dank.